Es regnet weiterhin in Marias City und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen, Turner. Ich gehöre zur Team Plasma, man nennt mich Jesus. Ich bin hier, um meine Kameraden empfangen zu nehmen, um die ihr euch so freundlich gekümmert habt. Jetzt klicken wir wieder ein. Deinen Dank kannst du ersparen. Der sogenannte Kameraden wurde aber erwischt, wie sie Pokémon einführten wollten. Oh, da muss er dir aber ein Missverständnis vorliegen. Wir haben es uns lediglich zur Aufgabe gemacht, Pokémon zu empfangen, böser Menschen zu befreien. Da wenn das mal stimmt. Meine Ausdrucksweise ist zwar manchmal etwas zu direkt, aber ich bin eben ein ehrlicher Typ. Du hingegen drückst dich zwar gewählt aus, machst aber ansonsten einen recht dubiosen Eindruck. Also was willst du mir sagen? Wir von Team Plasma haben nachhaltige Interesse an Maria City. Daher sind wir hier auch mit vielen unserer Leute vertrieben. Das so stimmende, weiß ich natürlich nicht, aber das ist, dass du sogar ohne zu kämpfen als Sieger hervorgehst, sollte schon für etwas gut sein. Also schön, nimm deine Leute und verschwinde von hier. Eine Wahrhaftweise, Entscheidungschef des Untergrundes. Meine Gabe in der Situation bin, weniger Minuten sind richtig einzuschätzen. Beidrückt mich wirklich sehr. Roland ist es Zeit für mich zu... Nein, ich bin nicht am Verröcken, also auch wenn ich's... Ja. Die Stimme ist anstrengend. Das klingt, als ob man 15 Zigarren, Kubaschzigarren auf einmal geraucht hat und dann versucht zu reden. So klingt das. Dann, äh, tun wir mal Tönein Besuch abstatten. Mit unserem kleinen Gelati-Gelati-Gelati-Gelati-Gelati-Gelati-Gelati. Ich sing jetzt echt ein Lied über Eis. Ich bin echt bescheuert, aber das müsst ihr ja schon wissen, wie bescheuert ich bin. Guido, gib mir eine Tafelwasser, gib mir dein Essensgeld. Oh, der, 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 der Tafelwasser. Ja, ist mir klar, ist er mit, wo man kämpft, ich meine, er ist Chef des Untergrundes. Okay, auch außerdem, zeigt mal so ganz genau. Hm. Oh, er hat ein Membrana, wollte ich sagen. Eissturm. Heieieieiei. Ja, mach denn aber Schaden. Ob ich jetzt schneller bin? Wow, ich bin sogar schneller. Aber ich bin tot. Ach, wieso? Einfach nur darum. Es gibt keine bessere Klänge als darum. Doch, darum. Ich hab' wohl darum. Kein bisschen zu darum ist. Ich weiß. Also, mein Membrana ist stärker und er hat noch einen Rotomor. Kalkklingel, mein Freund. Und es weg. 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 Ich geh mal wieder heilen. Ich kaufe mal ein paar Beleber. Das muss sein. Ich könnte 63 Stück kaufen. Wow. Ich nehm aber erst mal 14 Stück. Dann hab' ich 15. Genau 15. Und geh erstmal heilen. Und geh dann weiter. Wir zurück in die Höhle des Löwen. Oder besser gesagt, von Turner. Die Höhle von Turner. Die Höhle des Turners. Das musst du sagen. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Hier ist ein Trainer. Hier ist ein Trainer. Der uns bestreiten will. Der mit uns streiten will. Oder? Willst du streiten? Hey, willst du streiten. Wir können keine Items mehr einsetzen. Wir sind gut, wenn man keine Items trägt. Wir sehen, wir haben da was. Das ist ein bisschen sinnloser Runde. Meine Genauigkeit ist gesungen. Da ist wieder eine Initiative. Dafür senkt er aber eine Genauigkeit. Dafür kann ich ihn aber bitte endlich vertreffen. Oh, der braucht echt viel EP, um ein Level aufzusteigen. Oh, das ist ja nur fast frisch. Fast. Was hast du denn so anzubieten? Ein Garno-Wiel? Schick. Schick, 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 schick. So, ich habe das Gerke. Ja, 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 ja. Oh, das hatte ich nicht eingeplant. Wieder mal. Und deswegen heile ich mich mal wieder. Wieder mal. Wieder mal, wieder. Wieder mal. Denkt er, ich sage zu oft wieder? Das kann ich noch nicht sein. Oh, okay. Und ich hab ihn besiegt Wieder mal Okay, jetzt war's allen wieder zu viel Eins, aber auch nur Ich könnte hier rauf, ich könnte aber auch hier rauf Guck, wo mich das hinführt Nämlich zu hier Das führt mich zu Tarnit Turner Genau, so fast Protomorb Es geht ab, Protomorb Ist, ist Absicht Also Angst und Angriff ist eine Genauigkeit und ich besiege ihn Hoffentlich So ähnlich klappen wird, weil Spiegel, Salve Salve Zurück 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 Wo führt mich das hin? Hm Hier hin Okay Hier Ja, komm ich nach und da. Den hab ich noch nicht besiegt. Gut, dann hab ich den noch nicht besiegt. Das muss natürlich noch sein. Ich bin gar nicht hier. Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ach komm, muss das sein. Ich weiß, das muss nicht sein, aber du machst die Bedarfsicht. Jaja, ich kenn dich. Du liebes Ganoville. Level Up würde mir echt helfen. Aber ich muss mir das nicht vorenthalten, weil... Pfff. Ich selbst nicht. Ein Vata-Ring. Er kommt in den Blüppsträhle. Bring mir nichts. Oder... Ja, doch, es bringt mir nichts. Dir bringt es auf jeden Fall nichts, aber... Mir bringt es nichts. Ach, auf Ruhe. Ich hasse dieses Vieh. Ich hasse es. Ich hasse Membran aus. Nein, ich mag Membran nicht. Ich hab's liebgewonnen. Nein, ich höre. Ich habe mich nicht tausend bl game. Nein, nein. Schтересfen. Kannst du... Genau so wird wie deine Ganoville. ... die du auch bestimmt ziemlich liebgeworden hast. Ja, sonst würdest du sie nicht dauernd einsetzen. Aber ich bleib dabei. Ähm, ich muss wieder runter. Dann hier hoch, glaub ich. War's? Nein, das war halt nicht. Das war falsch. Ich muss wieder runter. Geht's hier zu Turner? Ich glaub schon, weil das ist hier so besonders. Ja, es geht zu Turner. Durchbrechen die Mauer. Das sieht sehr nach der zweiten Arena, also der zweiten, also der schwarz 2 Arena aus. Na gut. Turner. Das geht ab. Im nächsten Part. Also dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.